ja hallo leute und herzlich willkommen beim 100 abonnenten special ja es hat sich ja sehr sehr lange gezogen ich habe wieder mal nicht viel hochgeladen aber nun habe ich mir jetzt ein 100 abonnenten special überlegt und wie ihr seht ihr freut euch wahrscheinlich wieder ein wenig drauf wir spielen digimon masters online mal wieder ja endlich nach tausenden von jahren habe ich es mal wieder geschafft aber ich bin diesmal nicht auf dem joy max server sondern ich spiele auf area games hat mir komplett alles neu gemacht ja gibt zwar nur gibt zwar ein server nur ihr könnt auch dann kommen ihr seht ihr hier meinen namen gerade hier ne erdet ihr mich einfach schreibt mich dann privat an wenn ihr bock habt zusammen zu zocken und so machen wir da ich mache eine eigene gilde auf aber nur für meine abonnenten an der dadurch haben damit euch zocken kann und so ja dies als ananas und jetzt möchte ich hier auf area games ein bisschen durchstarten bisschen wir bin da ein bisschen erkältet will aber trotzdem aufnehmen und ich würde sagen wir fangen jetzt auf rein ja 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 gibt es auch neue quest wie man sieht und so finde ich auch voll nice hier mal was hat man hier am anfang auch nicht sehr viel ja es muss war jeder argomond killen gehen ja wie in den folgen ja ja genau ich habe mir auch diesmal gurk gummon geholt und kinder bin ich natürlich geblieben weil kinder bleibt mein absoluter liebling ja gut hier macht den argomond kaputt sauber und fast mittel ab und wenn ich den kill bin ich level 2 mal gucken gehen wir den mal hier damit ihr auch wisst wie das aktuell also das aktuelle von mir gerade ist werde ich nach jeder aufnahme station unter dem aktuellen video mein level schreiben damit ihr wisst welches level ich momentan dann bin damit ihr auch so im voraus alle werden könnt damit ihr gleich auf seit wie ich ich denke ich werde heute ein bisschen viel level wir haben gerade mal 13 uhr also gleich gleich erst mal 14 uhr und ich werde auf jeden fall weiß ich nicht vielleicht mega level schon machen gucken also bis zum mega level aufnehmen aber werden wir sehen cool alter haben ja alles neu gemacht street cat kenne ich alles gar nie hallo sache damon ist marco star homo yushima hallo ok da ziehen wir an und dann auch so hier den noch hier so ist das da drin was will sie kommen wo ich in der kevin trier oder er gesagt muss ich hier machen von dem blablabla blablabla bestimmt killen einfach nur, oder? primogamon level 10, ja komm hier! kill! los gaomon, gao rush! weee! ja gut, schöne sache! so, wieder nur einer aber was ist das denn? auch da ist hier charakter gebunden, irgendwas zu fressen und hier nochmal, so level 5, aber die test ist fällig die hier ganz schön! so, was haben wir hier? mein Gott, hier kriegen wir ja alles, oh ja, das ich nehme einfach jetzt mal alle okay, das war's schon offizieller datz agent oh Gott, oh Gott so im Moment mach ich mal hier unten rein so, ein Trimogamon und ein Trimogamon leader ähm ähm läuft ja schon gut hier schakala ja, bist du ein bisschen zu langsam so so, warte aber hier, nicht von mir charizard, ey ist charizard nicht glurak so, jetzt haben wir davon alle jetzt fehlt mir ein Trimogamon leader noch Trimogamon leader Trimogamon leader ach so, gut da muss ich auch grad hin das ist doch super good hi da bist du ja ähm level 11 oh, gut easy mit garomania dat badge mein Gott, ey gibt's Quests ohne Ende ja da bin ich ja fertig mit wow was haben wir jetzt bekommen was ist das denn hier candy ok ähm datz badges ach so, ok das sind die, ne denk ich mal ja Flymon ja, da müssen wir glaube ich jetzt Kunemon killen denk ich mal damit wir da 3 von dem kriegen ähm naja, gib mir das ein gib mir das ein oder kein Ei oder kein Ei ach so, ich muss mit Dings reden gib mir gar kein Ei oder? warte mal äh lalalala doch müssen wir uns ein bisschen beeilen, ne also, was soll ich beeilen äh hier da oi yeah komm, gib mir doch ein Ei oh, Redamon aber wir haben ja so viel Bullshit, ne schon wieder drin was ist das denn hier ich kann nicht nur Motifriediemon gehen äh aber die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht warte mal ui level 4 so, tschüss oh, jetzt hab ich ah ich hab mich gesetzt, der Level abgekommen jetzt hab ich ausgesehen was verbraucht weiß ich ja, ich muss den doch killen um so'n scheiß Kuhn immer zu kriegen äh muss man das echt so lange machen äh mh ah, da ist er doch so oh, da gibt's ein Quest ähm von Takashi jo jo ja, ja so defeat Kuhnemon drei Stück Neoten-Flymon ja schaffen wir doch easy peasy johu jo ja, wir sind einn 16, ui ui level 16 schon So, jetzt haben wir davon drei schon. Warte mal, ich habe einfach mal eine Idee, was ich jetzt mache. Komm, greif einen an. Komm. Ach, greif doch einen an. Danke. Jetzt. Aber hoffentlich geht das. Das wäre voll korrekt. Und er geht nicht. Scheiße. Also muss ich ein eigenes kaputt machen. Ach, kann ich sogar. Ja, der hilft mir. Sauber, gut. Ja. Gut. Level 9 und Level 4. So, jetzt haben wir davon schon zwei. Fight you, Kammerlich, Inkubator. Ja, hier gibt es irgendwo was. Hier. Hallo. So. Quests. Inventory is full. Ja, jetzt muss ich den. Eigentlich will ich, brauche ich den nicht. Ist nur ein 3,5er, glaube ich. Ja, ich meine brauche ich, den brauche ich zwar nicht, aber. Äh. Ähm, ja, wie soll ich den nennen? Äh. Käfer. Keine Ahnung. Raupi. Ich nenne einfach jetzt Raupi. Los, Raupi, 3,5er. Ich brauche zwar keine 3,5er, aber. Ich habe hier nichts auf dem Server. Irgendwie muss das ja klappen. Yeah, 3,5er. O.P. Lol. Ssss. Gut, 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 gut. Ohne Mann, ich brauche dich nicht. Du bist einfach nur jetzt, gerade mal so Deko. So. So. Cracket Diggie Egg. Spiegel und Saradamon. Boah, ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden, ne? Hallo. So. Wo ist denn die hier? Möchtest du wieder zurück, oder was? Äh. Gehen wir mal zurück. Ja, ist gut. Terror auf Trimogamon. Ähm. Research dauerter Animal Type brauchen wir auch noch. Ähm. So. Hallo. Ist wieder zurück, oder was? Wo ist er denn? Die Terminal. Ja, da komme ich wahrscheinlich später hin. Die wieder. Alles klar. So. Researched Animal Data Type. Was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Achso. Wo ist denn die da? Bitteschön. Ja. 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 Tadada. Bitteschön. So. Fertig. Ahem. Next. Next, next, next. Mal eben durchrushen. Upamon oder Tsunumon? Da, Tsunumon! Los, Goa- Go-Go-Go-Goamon, ey. Gau-Mon, boah. Mein Gott, ey. Los, Attacke! Attacke! Lol, Keramon. Lol, was jetzt hier alles so rumläuft, ey. Da, 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 da. Ja. So. Elecmon müssen wir killen noch. Und Garou-Mon Black schon. What the fuck? So. Da, 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 da. Fun of Elecmon. Buds, Level 5 und 10. So, was will er denn? Okay. Ähm, dann würde ich sagen, Leute, mache ich hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vor allem, ganz für Digimon Masters Online. Haut rein! Da, 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 da